Kurze Information für das Hof-Bergmann-Projekt in dieser Woche. Es ist mir leider bei der Aufnahme ein Fehler unterlaufen. Ihr habt Bild, ihr habt In-Game-Sound, ihr habt keinen Sprachsound. Das heißt, ihr müsst eine Woche leider ohne meiner engelsgleichen Stimme auskommen. Ich entschuldige mich dafür ganz... Ja, ich habe halt in meinem Aufnahmeprogramm rumgespielt. Das ist die Konsequenz, also ich habe es leider jetzt erst danach festgestellt. Tut mir leid, ich wünsche euch trotzdem viel Spaß bei uns schauen. Schaut euch auf jeden Fall die Folgen an, es ist echt einiges passiert. Wir sind mit dem Strohbergungs-Add-On angefangen, haben Ware verkauft. Klickt euch einfach mal durch. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in einer Woche wieder mit Sound. Bis dann, danke, tschüss. Bis dann, danke, tschüss. Bis dann, danke, tschüss. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.